Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Die Filmwelt trauert um George Wilbur. Der Schauspieler war durch seine Darstellung des Killers Michael Myers in den Halloween-Filmen bekannt geworden. Der in Connecticut geborene US-Amerikaner war außerdem als Stuntman tätig. Als solcher war er 40 Jahre lang aktiv und wirkte in über 100 Fernseh- und Filmprojekten mit. Er war außerdem Mitglied der Hollywood Stuntmans Hall of Fame. Nun ist George mit 81 Jahren verstorben. Georges Stuntman-Kollege Christopher Dorent gab die traurige Nachricht auf Facebook bekannt. Er schrieb, George P. Wilbur ist letzte Nacht verstorben. George, du warst eine Klasse für sich und wurdest sehr geliebt. Du wirst vermisst werden. Auch in weiteren sozialen. Vielen Dank für die Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.